Schauen Sie mir mal in die Augen. Wunderbar. Oh, der Himmel, der ist blau. Der Strand ist wunderschön zum Entspannen. Ich bin 94 Jahre und wohne allein. Und ich komme regelmäßig hier in die Tagespflege. Die Schwester setzt mir die Brille auf. Und in dem Moment hauche ich in eine ganz andere Welt ein. Oh ja, da ist der Oberlau. Und jetzt kommen die Gewinnzahlen der Prämienziehung für das Megalos. Jedes Los leistet wichtige Hilfe für soziale Projekte. Und mit diesen Endziffern haben auch Sie das große Los gezogen. 100.000 Euro gewinnen die Megalose mit den Endziffern 798113. Und jeweils 1.500.000 Euro entfallen auf die Endziffern 3679363. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinnerinnen und Gewinner. Du bist ein Gewinn.